Was machst du bloß für Scheiß, Alter? Ich? Ja. Weiß ich noch nicht. Perfekt. Was ist das eigentlich? Ist das... Denke ich, das ist Sand und manchmal denke ich, das ist Clay. Ich bin so eine Meinung, das fällt gar nicht runter. Ich weiß es nicht. Ich bin da lieber ein bisschen vorsichtig. Ja. Lieber so als... Das ist nachher doch nicht so ist. Ne, komm her, mich der Skeleton. Gumi. Gumi. Gumi ist der Skeleton. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Will er nicht? Nein. Er traut dich nicht. Böse Skeleton, was? Komm her, dann bist du auf YouTube. Auf YouTube. Und so nicht, oder wie? Nein. Sein Vertrag läuft nur... Wenn er auf der Plattform ist. Wollte man da schon plattformen... Der hat geschissen, der hat einen Vertrag bei Mediakraft gemacht. Tja. Doof, ne? So viel Bohnen, Stroh. Bohnen, Stroh. Nicht wie ein Kraut. So, jetzt haben wir alles, ne? Guck, was sag ich? Okay. Ich glaube, ich... Und wenn wir von oben abgebaut? Ja. Wir hätten wir von oben abgebaut, denn hier. Aber wo kommen wir von alles ran, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bekräfte meine Schaufel. Letzten Endes hätten wir so oder so von unten anfangen müssen. Hä? Anfangen nicht, aber... Hätte haben... Ja, ja, aber anfangen nicht. Aber dann... Guter Skeletten ist weg. Kommt das denn? Ich hab kein Essen mehr. Die ist immer noch nichts gewachsen. Scheiß Melone. Da oben ist die Kiste. Warte, warte, warte. Was ist drin? Da liegt noch Kies drüber. Weiß, was ich glaub? Fünf Obsidian. Eine Dingens. Ein Kaktus. Und zwei Saplings. Ein Birken und ein Spruce. Ein Dingens. Ein... Wann hab ich ein Dingens gesagt? Nach Obsidian. Kann sein. Da mein ich eine Kerze. Du meinst eine Fackel? Ja. Das war halt der gleiche Scheiß. Weiß, was ich glaub? Was? In der Hölle ist das wahrscheinlich die letzte Erschöße in der Hölle. Kann sein. Aber hier ist es ja auch nicht so beschissen. Holmpert, halt. Man kann einfach schön den Stil. Hm. Gefick. Gefick. Ich mach die Schaufel weg, denke ich, es bestimmt besser. Oder was möglich ist, noch hier irgendwo unterm... Unter dem Sand oder so. Unter dem Sand? Welchem Sand? An der Sugarcane. Ja, aber das glaub ich kaum. Weiß man nicht. Das ist ja... Das sind ja drei Ebenen. Stimmt. Auch wieder. Ach so, ich sollte vielleicht mal das Obsidian weglegen. Ein Stück Cobblestone sein, aber nicht behindert. Äh, ja. Was leg ich weg? Der Obsidian. Die Fackel. Den Kaktus. Den Birken-Sapling. Den... Keine Ahnung, äh... Wie heißt das? Nicht Spruce, sondern... Fichten-Sapling. Oder... Ich lege einfach... Cobblestone weg. Cobblestone weg. Was ist am sinnvollsten? Natürlich Cobblestone. Oder auch keine. Mach mal einfach mal hier aus Prinzip so. Einmal. Da. Hübsch. Wie heißt das mit einer Schaufel? Ich hab ne Schaufel. Ach so. Ja gut. Aber du kannst ja auch mal ne Schaufel bauen und mir helfen vielleicht. Eisen? Ne, Holz. Nein, 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 Stein. Ne, Holz. Ne, Holz mir egal. Ich nehm gleich die Diamanten. Das wär doch, ne? Mhm. Aber letztendlich können wir uns alles aus Gold nachher machen. Was willst du das aus Gold machen? In der Hölle hast du unendliche Goldvorrat. Ja, aber mein Gold hält ja nicht so lang. Ja. Alter, ich muss grad mal den Minecraft-Sound so ein bisschen runterdrehen. Bei mir ist er glaub ich schon. Aber da macht Musik komplett aus. Relativ weit unten. Hä? Irgendwie noch Minecraft auf? Weiß nicht, hast du noch Minecraft auf? Hä? Wo weiß ich? Option? Musik? Musik aus. Musik. Blöcke aus. Blöcke an. Man, die hier Kreaturen, freundliche Kreaturen. Ich check das nicht, warum geht das Scheiße nicht aus? Ach, hier ist noch ein zweites Minecraft auf. Also doch. Ja. Oh ja, oh ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir die... Nee, es lohnt sich noch nicht, die Melone zu essen. Nee. Dazu wahrscheinlich nur eins. Juck mich, nee. Gehst du dort mal weiter abbauen, dann fäll ich hier mal einen Baum. Äh, nö. Dann nicht mal nicht. Wollte ich mal mehr. Wollte ich mal mehr. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber du. Ich? Kann nicht sein. Prinzip schon nicht. Soll sonst mal... Na, hab kein Bock, alles umzukramen. Und das mache ich jetzt nicht. Jo. Oh, das war glaube ich nicht so die gerade die intelligenteste Idee. Meinst du? Welche dich? Welche dich? Ich bin da gerade runtergesprungen. Oh, nee, du. Ich hab noch drei Herzen. Oh, mein Mann. Was? Du. Das gleiche kann man ja auch nicht viel machen. Siegel, kann man sein Hausbau? Ja, aber nicht viel. Die hat man denn nicht? Da würde ich glaube ich eher, die Färten, tun draus machen nur hat man denn früher clay benutzt erzieht aber davon wird auch ein bisschen wenig gefärbtem tun oder so vielleicht ein boden ja vielleicht ganz wenig das ist ganz wenig ein bisschen ist schon aber fast 6 gleich kriegen wir schon zusammen aber gut so viel ist nicht wenn man so dolle kann man daraus nicht was bauen ein halbes herz alter der macht keinen scheiß hier oh willst du mich verarschen nur nur Sonntag aber da haben wir ich war gerade dabei zu sagen wir haben die Kiste und sie dann und das ist ein gewonnenes Alter weißt du nicht was man hier wirklich gewinnen kann aber wir haben gewonnen so mit meinem herz ist schon schwierig zu leben nur jetzt muss ich verdammt aufpassen in Form weil ich meine Level nicht verlieren will aber was mit dem Level kann man nicht viel machen immer so richtig überlegen doch was Protection 1 dann meine ich nicht ja und wie willst du Protection 1 ohne Taubertisch machen keine Ahnung, schieb ich mir auf meinen Arsch keine Ahnung ich meine das ganze Obsidian werden wir wahrscheinlich für Dings verbrauchen denke ich mal ja, gut, hat er gesagt aber nö, nö, sehe ich gar nicht ein siehst du das halt nicht ein ich bin so behindert, ich renne ja noch zurück um die Chests wegzubringen jetzt bin ich sowieso wieder hier das überlebt die andere Molone muss ich jetzt erstmal fressen Molone? Molone, ja, hast was gegen mein Deutsch? nö, ich würde bloß sagen, wir beenden die Folge Freude bis zunächst mal, liebe Leute tschüss 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 tschüss